Bartöl benutzt, dann sieht das einfach aus wie Sau. Oh, da seid ihr ja schon wieder. Wie hört ihr? Und wir tauschen hier noch Styling-Tipps aus. Ganz ehrlich, Hauke benutzt Bartöl, das riecht immer noch nach Münze. Ja, wurde mir auch empfohlen von der Community. Ich habe gefragt, wie kriege ich hin, dass mein Bart mal ein bisschen besser aussieht. Und dann habe ich, mach mir mal ein Mikro weg, das ist wichtiger jetzt. Und dann habe ich ein Bartöl und so. Und das ist auch geil, das fühlt sich auch gut an. Und riecht halt nach Münze. Aber du hast so ein Flausenbart wie ich. Ich kriege auch keinen richtigen glatten Bart hin. Ich habe auch so ein Flausenbart. Ja, machen, was ich will. Ich habe schon über so ein Glätteisen nachgedacht. Marco hat ja eben beschwert, dass er so ein paar graue Haare hat. Oh, ich mache einen Strawpoll auf. Aber Therese hat gesagt, dass eigentlich er nur die Haare färben muss. Ja, ey, ich habe auch Strawpoll.de eingegeben. Aber ganz ehrlich, ich finde das so scheiße. Wir sind gleich alt. Das weiß es keiner. Wie war denn jetzt Strawpoll.net? Oder wie war das nochmal? Strawpoll.net? Wollen wir jetzt nicht wieder weiterspielen, bevor wir Strawpollen? Ich wollte wissen, wer den Besserer hat. Nur ich doch Strawpollen. Strawpollen. So, wir machen noch ein Match. Und jetzt will ich... Lass doch One for All machen, oder? Wollen wir One for All machen? Hau, hast du Bock? Was ist denn One for All? Super lustig. Das ist das, wo alle den selben Champions spielen in einem Team. Ich kann ja eh alles. Ja, dann. Super leicht. Ich habe jetzt ja auch rausgefunden, dank auch des Chats, was mein Problem ist. Ich spiele wohl mit Indikatoren und ich weiß nicht, seit wann dieser Kacke geht, aber es ist das allerletzte. Ich will eine Taste drücken und das soll kommen einfach. Okay, achte auf deine Ausdrucksweise. Ja, ich weiß nicht, seit wann diese nicht so gute Einrichtung im Hause LOL geht. Also im Paar sind wir jetzt gerade erst aus der Schule gekommen. Drücken und dann soll bitte die Fähigkeit ausgelöst werden. Oh, ich habe gerade die... Also kannst du mich nochmal einladen? Ach so, Raleigh, super. Wie professionell du bist. Entschuldigung. Toxic! Spielen wir jetzt eigentlich? Achso, ich bin... Er hat sich eingeladen. Vielleicht nimmst du einfach die Einladung. Game Invite bei Marco May. Folgendes Problem. Ja? Ich kriege keine Einladung. Du kriegst keine Einladung. Nee, da ist... Also... Scissor, Penny. Ich sage, gib mir doch mal Invite-Recht. Ich gebe dir mal Invite-Recht. Hast du Scissor? Ja, wir haben doch schon ganz am Anfang. Ja, Scissor und ich sind doch schon seit Jahrhunderten. Ja. Ich habe doch... Ist Johnny online? Nee. Doch, Johnny ist online. Aber er spielt. Ach, die... So, jetzt habe ich dich eingeladen. Die Lulpe. Ich kriege nichts. Start doch mal neu. Start mal den Client neu. Okay. Das machen wir so. So. Das ist vielleicht peinlich jetzt für Riot Games. Das ist echt... Jetzt schon wieder nicht. Also jetzt muss ich aber auch wieder League-Film spielen. So, warte mal. Wir suchen das mal. Die Scheiße sieht in deinem Desktop aus. Wie alles voll gemützt. Hast du da gemacht? Es könnte halt wirklich meiner sein, ne? Das ist dein Privater. Hast du den so mitgebracht? So. Ist richtig. Das ist ja... So, wir können ja schon mal... Hauke, du sagst mir jetzt einfach ein paar Buchstaben. Ähm... Gamma. Sag mal G-A. Gandrosch. So, was noch? Ähm... Strawberry. Mit einem Fünf geschrieben. Sag mal einfach Fünf? Habe ich eben gesehen. Das ist ein Kumpel von dir. Oh, hi Mutti. Endlich spielst du mal mit. Ja, okay. Was noch? Also ich habe auch noch so ein paar Joker in der Liste, die ich immer reinholen, wenn ich nicht verlieren will. Jetzt lad einfach willkürlich viele Leute ein, damit es losgeht. Ja. Weißt du, wie viele hier mitmachen wollen immer? Okay, warte, ich habe einen, den kann ich einladen. Okay, so, hier, ich habe mal ein paar eingeladen. Schnell. Ich muss ja noch... Ich bin jetzt... Bist du ja gar nicht... Bist du online? Bist du schon drin? Ich bin bei euch. Ja, ja. Bist du schon drin? Bist du bei uns? Ja. Ich bin schon wieder zusammen. Der goldene Pfannenwender ist bei euch. Goldener Pfannenwender. Ja. Nice. Das ist mir ganz aufgefallen. So dready. Oh Mann, da ist schon wieder einer Platinum. Wir brauchen jemanden, der mich ausgleicht. Herausfordererklasse. Das ist ziemlich gut. Das ist Master. Das ist eins unter dem Allerbesten. Wo? Da ist ein Challenger und der spielt einem gegnerischen Team. Da haben wir richtig gute Chancen. So, tschüss. Tschüss. Was ich jetzt gekriegt, weil der zu gut kommt? Entschuldigung. Ich wollte ihn aber nicht verraten. Das ist so sauer auf mich. Wir machen jetzt schon wieder ein Viewer-Game, welcher schon wieder fertig gemacht hat. Aber okay, machen wir. So, jetzt kommt mal rennen hier, Leute. Ja, jetzt ist voll. So, boom. Startgame. Was haben wir denn? So, jetzt muss... Was bannen wir denn? Was bannen wir denn? Bann Sona. Oh ja, Sona ist krass. Sona war ganz stark in diesem Modus. Was war denn noch so stark? Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss gerade überlegen, was war noch so krass? Äh, 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 äh. Ich lese nebenbei den Chat. Twisted Fate nicht. Vega? Na, das ist... Ja, der ist ein bisschen ausstattet. In dem Modus? Weiß ich nicht. Talon. Serras. Talon, ja. Der ist, glaube ich, auch super eklig. Mach mal hier drüben normales Social Live, während ihr euch unterhaltet. Oh, okay. Machst du einen Vlog? Hauke Vlogmer von hier. Er ist Vlogperte. Ja, ja. Also, ich habe, finde ich, ziemlich abgeliefert im Vlog. Ey, war richtig gut. Willst du mal deinen Channel? Darfst du auch bewerben. Ja, bewerb mal deinen Channel. Sag mal, wo man den Vlog mit uns beiden sehen kann. Wir haben wirklich einen Vlog gemacht. Ja, das war echt... Mein Vlog-Name ist, wie gesagt, Crazy Age. Ich habe Katus. Was hältst du an Katus? Katus ist auch... Jetzt, okay, es kann dann... Ja, ja. Ja, ich habe, äh, von... Die beiden haben einen Vlog gemacht, äh, mit meiner Kamera. Der wird natürlich auf meinem Channel hochgeladen, ja. Sie sind richtige Experten. Ja. Waren selbst... Okay, nee, wir müssen jetzt irgendwas voten. Und der nennt sich Scissor-Stream. Scissor-Stream? Das ist mein Vote, oder was, der, den ich jetzt nehme? Genau, du musst jetzt, du musst jetzt einen Champion nehmen und der wird gevotet. Genau, also wenn die zwei den gleichen nehmen, dann... Also ich nehme definitely not Blitzcrank. Ey, die Uhr, liebe Regie, ihr habt vergessen, die wieder zu setzen. Oder wir sollen schon wieder Werbung machen. Ja. Was nehmen wir? Worauf habe ich denn Bock? Hattet ihr vorhin nicht Bock auf Six? Six? Ja, komm. Also ich glaube, wenn zwei Six nehmen, ist die Chance höher, dass der gewertet wird. Ja, ist es auch. Ich nehme jetzt einfach Six. Das ist kein better Twitch-TV drauf. So, haben wir nominated? Ja, es ist Six, wird Six werden. Er muss ja noch nominaten. Er hat ja nicht nominated. Blitz. Crank. Blitz. 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 Mehrheit gewinnt. Wow. Habt ihr alle Skins? Äh, nope. Machen wir hier Skin Boost. Ich habe nicht einen einzigen für den. Sonst hätte ich es gemacht. Komm, Hauke, jetzt... Ich weiß nicht, was wir Runen nicht nehmen sollen. Den wollte ich haben, der ist geil. Der Master Arcanist. Ich habe noch Support-Roll-Tobi-Runen. Ich habe hier AP mit Runen, soll ich die nehmen? Ja, ja. Beste. Oder bin ich Support? Nein, 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 alle sind AP. Voll AP. Könnten wir nicht eigentlich auch ein Adi-Six nehmen? Pssst. Damn Tactics. Könnten wir, machen wir aber nicht. Ja. Wir sind ja klüger als... Spielen wir auf der normalen Map oder auf welcher? Ja. Oh, Hauke hat die geilen Moves hier raus. Guck mal an, was wir jetzt machen. Cesar, sei damit... Nee, ich bin ihr... Das ist wie mit dem... Dann nehme ich... Dann nehme ich... Klee-Woins. Okay, dann nehme ich... Wie heißt das? Revive. Gibt es hier gar nicht mehr. Nee, es wurde rausgewischt. Das ist tot. Ripp. Ja, leck. Ja, leck. Rest in Peace ist tot. Revive. Oh Gott. Scissor-Army-Josie. So, ich bin jetzt schon... So, jetzt reicht's schon. Jetzt gibt's ein Timeout. Da kenne ich nix. Geh immer am Arsch vorbei. Gleich Slow-Mode für Josie rein. Diese Scissor-Army-Josie. Ja, aber ich habe auch eine Josie. So, Pro-Tactics. Das ist voll witzig, wie viele Namen ich aus dem Chat kenne. Echt? Ja. Sind die alle jetzt von dir rübergekommen? Weiß ich nicht. Hauke rockt den Sternchen, Sternchen, Sternchen. Shit. Ist das... Ach so. Offensichtlich. Ich hätte auch was anderes gesagt. Den Arsch. Den Arsch. Den Gebleachten. Oh, jetzt die sind ja Ari. Oh, Ari ist natürlich auch megamies. Wie sollen wir die denn jemals treffen? Wir haben Skillshots. Die hüpfen doch nur rum. Okay, wir müssen die... Ich möchte eine Beleidigung für mich finden. Wir müssen die auf Surrender haben. Eine Beleidigung? Oh, da, gucken wir mal. Mal gucken gleich an. Oh nein, jetzt fordern Sie doch nicht heraus. Sie sollen sich doch benehmen. Ich bin nur bekannt wegen meinem Aussehen. Okay. Wir sind auch nur bekannt wegen meinem Aussehen. Wie gemein. Mit euch kann ich leider nicht mithalten. Das ist schon immer sehr verletzend, aber... Hauke wurde auch nur bekannt durch sein Aussehen. Mit seinem Bart. Ja, im Zeitpunkt hat er das Bartöl ab. Sagen wir wirklich, als ich klein war, so zwei, da setzte er das Bartwurst drücken. Ab drei war dann Vollbart. Und da hast du auch Bartöl benutzt sofort. So. So, warte mal. Das ist so super. Hauke, du wolltest doch jetzt deinen Smartcast, so richtig Smartcast. Ach so, ja. Genau. A game und dann rote. War das nicht bei Hotkeys? Ich glaube, war das nicht... Ich denke, bei Hotkeys. Das stimmt. Hotkeys, so und dann... Hotkeys und dann ganz runter, ganz runter, das oberste raus. Alles, beide raus. Beides raus? Ja, eigentlich beides. Ja, okay. Beides, dann ist es komplett Smartcast. We'll see, we'll see. So. So. Und dann, ich hole mir nämlich, weil ich so ein smarter Smartfurtz bin, hole ich mir, glaube ich, das hier. Smarter Smartfurtz. Was wolltest du dir? Ich will aber bei den anderen gucken. Mein Bildschirm ist nicht ansatzweise interessant wie eure. Du spielst die ganze Zeit so. Das ist so, okay. Gehen jetzt alle Mitte? Ist das so der Style, den man hier sehen? Ja, wir können uns halt alle gegenseitig töten, so ne? Wir töten oder nicht? Ja, klar. Im Gegenteil schubst du. Klar, wenn du die an die anderen schubst. Das mache ich mir einfach so. Das einmal mit Hauke. Das ist mein Ziel. Das wird so super. Alter, komm, wir machen uns eine Achterbahn. Wie lange stehen die? Ja, eine Achterbahn. Vier Sekunden. Wir müssen uns so gut aufstellen. Komm. Achterbahn. Habt ihr das jetzt alle geskillt? Ja. Ja. Ich setze meinen hier hin. Okay. Okay, ich setze meinen hier hin. Okay. Und ich setze meinen hier hin. Okay. Okay, Hauke, bereit? Ich schieße mich auf Start, okay? Macht ihr? Okay, ich hab's gemacht. Oh nein. Oh, du bist falsch geklappt. Ui. Hat super geklappt. Mann, war das schön. Guck mal, wer ist der König der Manarek? Schon fast wieder voll. Kein Problem. Ich find's halt schade, dass Six kein Emo-Spam hat. Kein Emo-Spam? Ja, du musst halt Emo-Spam. Müssen wir nicht auf Lanes gehen? Ja, sind wir doch. Wir sind doch alle auf dem Weg. Ich mein, macht man das echt so? Nee, eigentlich teilt man schon so ein bisschen auf. Okay, dann geh ich nach unten. Oh nein. Die können natürlich auch gerne bei mir bleiben. Also ich finde das schön mit euch hier. Die sitzen jetzt bestimmt hier alle im Busch. 100 pro. Das wär schon sehr gemein. Ja, das ist unsere Community. Die sind eigentlich immer super lieb und toll. Die sind Hansa, meinst du? Hansam. Hans. Oh, Hauke, was war denn das für ein sexy Move? Oh, hast du gesehen? Hab getroffen. Ja, nein. Ich ess immer Haare hier gerade. Ich weiß auch nicht. Cool. Ich weiß gar nicht. Leider meine eigenen. Ich klaue Hauke ein Eins. Nee, den hab ich dir gegeben. Ach so. Oh, danke. Den nehm ich mir. Den nehm ich mir, den anderen. Ich hab mir nur Teleport. Ich hab gar keinen Hiel. Toll, jetzt muss ich auch flashen. Ich hätte auch flashen können. Oh, nice. Fauke liefert. Just waiting for that. Oh, okay. So. Oh, Mist. Wir hätten unser Kuh-Skin sein. Oh, du hast jetzt deinen Kuh-Säcke. Ja, logisch. Bin ich auch. Bin ich ein Noob und geh drauf. Wow. Wow. Oh, nice, ey. Liesdorfer heißt mein Gegner. Liesdorch? Liesdorfer. Weiß nicht, was das ist. Cooler Tanz. Vor allem, wenn man danach direkt einen frisst. Einen frisst. Oh, schade. Ich dachte, hier wisch beide. Oh, Mist. Ja, das war dumm. Wir sollten uns nicht die krasse Konkurrenz geben. Nee, nicht so krass. Nicht so schlau. Ja. Das ist ja echt schwer zu sein. Ah. Oh. Ja, leg. Gehst du einen Meter zurück? Ah, sehr gut. So. Was kaufe ich denn jetzt mal? Wie sich das für ein echter Noob gehört, natürlich. Wie sich das gehört. So, und jetzt machen wir. Oh, wer kommt da? Wo? Hier? Wie so ein Hund. Komm, wir pushen jetzt einfach die Mitte durch. Das ist super asozial. Okay. Komm dran. Unseren Plan auch nicht öffnen. Ich fange an. Wir haben 20 Sekunden Zeit. So lange ist der Delay ungefähr, glaube ich. Oder 15. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist unterschiedlich. Gut oder schlecht. Nein, bleib hier. Ach, du hast kein Mana mehr. Ich habe kein Mana, nee. Ich muss auch mal zurück. Ich habe auch kein Mana mehr. Mana, Mana. Tomatenmarmelade hat das schon ganz richtig gemacht hier. Zwei Feenamulette und ab geht's. Ach, ich habe fünf. So. Was machst du denn da? Nein, du sollst doch unten bleiben. Was denn? Ich dachte, wir pushen die Mitte raus. Das war doch der Plan. Okay, da müssen wir jetzt aber auch richtig zacken. Dann nach voll. Jetzt sind die jetzt zu zweit unten. Die pushen doch schneller unten durch, als wir jetzt hier durchbuchen. Nein, nein, nein. Schau dir das an. Und da ist gar keiner mehr. Deswegen, die sind alle weg. Ich gehe mal nach unten. Ihr macht das schon. Oh, das war gut gemacht. Gute Teamarbeit. Ja, ich habe mir auch die Dauer jetzt gefressen. Ja, sag ich ja. Richtig gut. Brauchen nur Ult, Hauke. Nur Ult. Der muss jetzt back. Nein, doch nicht. Okay. Mhm. Hm, 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 hm. Kennst du das? Du merkst, okay, du redest gerade gar nicht. Das ist wie in den Chat so, okay, ich schaue jemanden nur gerade zu. Okay, ich schaue jemanden, der mittelmäßig spielt, ob er zu mittelmäßig zu sein. Genau. Oh nein. Oh nein, das ist aber gemein hier. Gottes Willen, ey. Aber ich finde, den Modus mag ich total. Ich habe mich auch gefragt, warum die den nie länger raus haben. Gab ja auch die, was war auch so cool, diese Doom-Bots. Doom-Bots fand ich auch super cool. Doom-Bots war auch supergeil. Ja. Das hat richtig Laune gemacht. Kennst du das, Hauke? Ja. Ja. Rapid-Fire-Mode, der war auch toll. Das ist, glaube ich, der letzte Supermodus, den ich mitgekriegt habe. Irv haben sie ja dann aber noch mal genirvt. Also der war ja dann nicht mehr ganz so krass. Wir haben alle noch genirvt. Alter. Wie viel Schaden machst du denn? Der ich? Nee, Scissor. Ja, die hatten halt die richtigen Rune. Masteries anscheinend. Mach ich eigentlich gar nicht so. Kommt noch. Oh, oh. Tja. Schön gecharmt hat sie mich. Die wollten mich voll charmen. Ja. Das ist immer gemein, ne? Oh nein. Dieses wilde Klicken immer. So, ich bin jetzt am Mid-Tower. Knusper, knusper. Wir fangen es mal weg. Oh, fuck. Ich möchte nicht mit 2, mein Gott. Schade, wenn ich jetzt Ulti gehabt hätte. Hätte. Oh, ist rausgeflasht. Oh, ja, ist rausgeflasht. Aber sehr gut. Aber sehr gut, sehr gut. So. Neh mal einen Pinky mit. Jetzt habe ich Ult. Falls ihr irgendjemanden Low unten habt. Nee, habt ihr nicht. Nee, da ist es auch weg. Nee, nee. Nee, nee. Echt nicht. Low haben wir nicht. Liehst du eigentlich den Chat? Ich kann das nicht so sehen. Das ist super anstrengend. Ah, das ist ja klug. Das ist ja klug. Ich weiß ja gar nicht. Guck mal hier, das ist halt diese alte Nachricht. Der Chat geht gar nicht voran. Das rat ich nicht. Ach so, wahrscheinlich abgeschmiert. Habt ihr es kaputt gemacht? Ja. Ja, Marco wollte, meinte eben noch so. Ja, lass mal den Chat kaputt machen. Oh, ja. Oh, ja. Ich, ah. Nicht nur den Chat, auch das Tablet. Ja, machen wir alles kaputt. Machen wir einfach mal. Können wir das nicht neu starten einfach? Hier mal diese App. Diese Applikationen. So. So, wie geht denn das hier? Später. Das. Später. Twitch. So. Klicken wir mal hier rauf, hier rauf. Ach komm. Ignite. Ist doch lächerlich. Ignite nutzen einfach nur Noobs. Scheiße, ich dachte halt, ey, ich brauche nicht flashen, weil ich es eh rausschaffe. Das ist natürlich so worst case. Warum machen wir auch Six? Six ist langweilig. Ich hätte nicht sagen sollen Six. Ja, war eine dumme Idee. Blitzcrank. Das ist witzig. Wer hat den Blitzcrank gepickt gehabt? Ich. Oh. Hauke. Hauke. Natürlich ich. Natürlich ich. Wer sonst? Mensch, was eine dumme Frage von mir. Also wirklich. And, du mein Chef? Ich bin mal in Uhr. So. Ja, jetzt kommen wir. Jetzt müssen wir uns beeilen. Lass die mir jetzt wegkloppen. Ich werde echt gestorben. Das geht auch schon mal gar nicht klar. Die spielen auch alle voll ernst. Die scheinen nicht so viel Spaß zu haben wie wir. Ja, es ist so langweilig, wenn man ernst spielt. Ich erkenne hier einfach nichts auf diesem Display. Ja, willkommen in meinem Leben. So muss ich arbeiten, Hauke. So muss ich arbeiten. Oh, nice. Jetzt haben wir nur einen dicken verpasst. So, komm. Die kriegen wir jetzt. Ja, wie denn? Zweimal E, dass die halt ulten muss. Und dann schieben wir so zurück. So. Ist bei euch eine Ari Miss? Nee, wir haben zwei. Gut. Ich möchte nämlich keine Ari in mein Gesicht. Ins Gesicht? Was ist hier unten? Jawohl. So. Hm, hm, hm. Vielleicht habe ich nicht so gute Runen hier. Ah, guck mal. Ach, die haben schon das Blue Eye Trinket geholt. Aua, aua. Lauf. Ah. Einfach lieber ruhig raus. Ich weiß nicht, Ari ist halt wirklich ein fieser Counter. Es ist wirklich, wir hätten echt was Besseres. Wir sind so, unsere Mobility ist halt sehr skill-based. Und ohne Ari herabwürdigen zu wollen, aber man muss halt nur eine Taste drücken. Ja. Und dann hat man Mobility. Vorhin war hier so auch der absolute No-Skill-Champ. Ja. Oh. Das ist alles so lächerlich. Vielleicht müssen wir einfach besser spielen. Das ist gerade meine Theorie. Die ist aber sehr gewagt, ja. Komm, was mache ich denn mal? Ja, jetzt ist es auch egal. Komm, jetzt machen wir richtig. Jetzt machen wir richtig. Ja, jetzt ist es 0-4. Jetzt müssen wir auch vernünftig. Ja, jetzt so. Weil die Bot, die haben wir jetzt so gut gefeadet, dass eigentlich schon wieder solide vorangehen wird. Ichke. Freut mich. Ichke und er. Bot zweimal miss. Zweimal miss? Okay. Ja, das gefällt mir. Das ist easy. So, Tower, der gehört uns. Randa. Tank Six ist auch lustig. Oh ja. Wirf die Bomben. Wirf die Bomben, das machst du gut. Haben wir. Haben wir. Okay, das Spiel ist noch nicht verloren. Nein. Tower gehört uns. So, Dragon. Oh nein, da oben geht's ab. Ja, lass mal hier so. Voll professionell. Das war ja ärgerlich. So, hast du Bombe? Hab ich Bombe. Willst du werfen? Bombenstimmung da oben. Hohohoho. Oh. Ich mach alles von dir. Nein. Absolute No-Skillers hier auf der Top-Plan. Jetzt alles auch gar kein Problem. Oh. Stirb. Da hat er Auto-Altag. Hamba. Hamba easy. Oh, war das einfach. Hashtag Wurf. Ja, wuh. So, dass nix durch hinporten kann. Ab in den Jet damit. Klar, hier oben kannst du porten. In der Mitte ist nix. Ab in die Mitte. Ja, wir machen wieder den Tower. Wir sind die Tower-Zicks. Hier machen wir die Tower, das ist scheißegal. Wir können die Mitte eh nicht safen gerade. Hauke macht das. Nee, Hauke ist ja gar nicht in der Mitte. Oh, da kommt jemand. Strawberry macht das. Ist egal. Einfach. Hier, die Dinger mal drunter. Ja. Nein. Aua. Oh, die hat er richtig auf den Sack bekommen. Ja. Ich hab leider nicht mehr. Uwe ist dran. Ah. Pikachu, leer auf. Die hat bestimmt Ulti oder so. Nee. Nee. Darf die nicht. Niemals hat sie Ulti. Oh, das war ein Auto-Hotel. Ja, ich dachte, ich kann sie wenigstens wegjagen. Aber naja. Alter, ich hab sie. Du hast sie? Ich hab sie. Boah, nice geliefert. So. Oh Mann, ey. Ach ja, und Bierze. Nächsten Freitag, wann? 19 Uhr? Was machst du denn da? Ich? Ja, guckst du Bierze, ne? Klar. Natürlich. Ich hoffe, das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Stehen ja nur 300 Kameras hier. Hey, hallo, stopp jetzt. Ich hoffe, die war in diesem Moment auf Hauke. Ja, die ist immer auf Hauke eigentlich. Immer auf mir, ja. Sehr gut. Oh ja, Bombe. Große Bomben, Freunde. Freunde der Bomben. Ah. Jetzt tötet sie. Kann ich nicht. Na, verdammt damit. Oder? Hauke. Das ist ja gemein. Ne, komm. Jetzt aber hier, auch Zacken-Duscher. Weg damit, weg mit dir. Hilfe. Hilfe. Ich habe Schmerzen. Also nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut gemacht. Ne, das war ganz schlecht. Vorsicht, da kommt einer von innen. Weg da, Strawberry. Weg da. Oh Gott. Ich glaube, wir brauchen auch Wads. Ich habe nur eine Vermutung. Aber hey. Trinket ausbauen. Du hast recht. Scheiße, Scheiße. Wo hat's? Oh, das trinket. Du bist noch keine Level 9, kann das? Ah, du bist erst Level 8. Du musst mehr klicken, glaube ich. Oh, du bist erst Level 8. Entschuldige. Du bist unter. Du bist unter Level 8. Ach Mann, die kommen hier schon wieder, pushen schon wieder Mitte. Ja, die pushen überall gerade. So, jetzt check es. Wir müssen echt nochmal den Top-Tower machen. Das war unsere Mission. Ja. Haben wir leider nicht geschafft. We failed. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich glaube, die machen Dragon. Nein. Könnten sie zumindest. Nein. Nein, nein, nein. Aber auch keine Adi-Ari dabei, ne? Wo ist unser Adi-Tix? Geht der Chat jetzt wieder her? Ja, der Chat geht. Der macht Herzen. Was sonst? Immer Herzen. So, vielleicht soll ich jetzt auch mal anfangen, AP zu kaufen, hä? Schon. Aber was kaufe ich denn mit ihm? Ach komm, was soll der Geiz, hä? Äh, kauf dir Luddens Echo. Ach, nee, hier. Luddens Echo. Der letzte Lude. Nee, hier, Needlessly Large Rod. Ja, voll. Ja, der ist ja auch, das ist auch Teil dieses Items. Ja. Also, ganz nebenbei bemerkt. Und, 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 oh, nein. Der stirbt nicht. Das ist aber auch zwei, ne? Also, fies. Zwei Adi, sie so auf dich und über dich und. Nee, ich war's ja nicht. Ich hab nur geworfen und wollte unbedingt, dass es trifft. Ja. Hast du denn geworfen? Du hattest doch noch Cooldown. Ich hab, ich hab meine Ulti geschmissen gerade. Ich hab auch getroffen, aber sie ist nicht draufgegangen. Ist dir ja sicher? Du hast noch Cooldown. Das war, glaube ich, meine Ulti. Nein, das glaubst du nicht. Du hast nicht überlebt. Oh, lol, das war wirklich deine Ulti. Meine kam gar nicht raus. Das ist ja peinlich. Das ist ja peinlich. Das ist ja peinlich. Oh, das gibt's doch nicht. Ich mach echt noch nicht genug Schaden. Aber was kauf ich mir? Den Scheiß eigentlich. Das ist ja auch dumm. Was kaufst du denn? Jetzt gerade noch gar nichts. Jetzt kauf ich mir. Ja. Das ist das Richtige. Profi-Item. Ja, voll. Ich hab Angst, dass die hier gleich ankommen und unseren Flug lauern wollen. Die sind richtig gemein. Die kaufen sich Magierresistenz. Seht ihr das? Wie? Oh, sind das Sissis, ey? Hab ich auch gemacht, aber. Sissis in der Mitte, Hauke macht Blödsinn im Jungle. Wieso Blödsinn? Ich hab hier drei Aris. Ja. Meanwhile Hauke. Hast du? Ich hab schon einen Kill. Drei zu zwölf. Und ich hab einen Kill. Drei zu zwölf? Oh, ich hab zwei Kills. Der Wahnsinn. Ich hab vier Tode. Zählt das auch als was? Ja. Nice. Du hast halt gefeatet. So wie ich vorhin. Ach komm, Flash. Das war gemein. Flash ist einfach billig. Die ist so tot. Warum wordet eigentlich keiner? Oh, ist das gemacht? Ja. Oh mein Gott, das war gut. Also mein Pink wurde leider sofort wieder weg. Das haben wir ja schon wieder so krass verloren. Ich raff das jetzt erst. Hätte vielleicht mal Magic-Rest einfach kaufen sollen. wie ein Blöder. Das ist aber auch langweilig, zwei APs. Ja, ja. Also mich kickt der Modus-End. Gab's doch auch schon mal. Ja, gab's schon. Ich kickt der nicht. Ich find den auf Aram vielleicht besser. Also ich find den hier ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber auf Aram. Also ich mein, vielleicht ist der auch lustiger, wenn man gerade voll hart gewinnt. So, aber... Ich glaube, wir hätten echt Blitzcrank spielen sollen. Ja, Blitzcrank wäre bestimmt lustig. Das wäre lustig geworden, Hauke. Ich hab gleich Ulti. Vier Sekunden. Ja, ich brauch noch länger. Aber ich hab sie. Ich hab sie. Der hat auch ins Gesicht gekriegt. Oh ja. Das glaubt er nicht. Ja, oh. Das war... Oh, that destruction. The need catch. Jetzt müssen wir sie siechen. Jetzt siechen wir sie. Jetzt haben sie gar keine Chance. Da kommen die Popen. Ja. Calls. Die Calls. Die Calls. Jetzt kommen die Calls. Jetzt kommen die Calls. Pass auf, jetzt kommt's. Oh. Wenn wir jetzt eine Bombe treffen, dann sind alle tot. Okay. Da kommt eine. Da kommt eine. Nein, oh. Mist. Ah, da kommt noch eine. Die sind echt nur alle, ne? Die springen immer. Aber wir können alles zumachen, ne? Wir können hier einfach so... Ja, einfach nur eine... Wand mit E werfen. Hier Loops. Wand mit Es. Oh Gott, das Willen, ey. Hier. Das ist ein Heuchtings fertig. Nice. Was hast du verkauft? Blödsinn. Blödsinn? Wie heißt das Ding auf Englisch? Ich weiß noch nicht mal, wie er auf Deutsch heißt. Fairy Charm. Fairy Charm? Ja, das ist dieses Mana-Item. Feen Amulett. Feen Amulett? Ja, ja. Ich glaube, es ist Feen Amulett. Ja, ist es ja. Aber ich habe es sonst noch nie verwendet. Wo haben wir irgendwo hier? Du hast Auge nachgekauft. Hier, so. Jetzt komme ich kurz nach vorne. Hier ist jetzt übrigens eine Ari unten drin. Oh, so close. Oh, shit. Hilfe. Wieso, meinst du mir? Ja, ich bin oben. Oh, das ist jetzt hier, also. Ne, komm. Ja, das war schön. Oh, shit. Ich habe den nicht mehr rausgekriegt, den Kuh. Oh, nein. Wieso sind die da oben eigentlich weggekommen? Ich dachte, ich habe das so schlau gemacht. Weiß ich nicht. Ich sollte nichts mehr mit Skills Shots spielen, wenn ich so eingerostet bin. Marco, ab geht's. Okay. Du hast drei. Drei gegen dich? Wobei, ich mache das. Locker, locker, easy. Du hast keinen Mann am... Aha, jetzt wird es aber hier eng. Was ist denn noch so? Ich muss mal gucken, was ich eigentlich... Nein! Fick hart! Schwanz, Mann! Fick hart. Wer ist das? Fick hart. Das gibt es nicht. Fick hart! Fick hart. Werbung nach Runde. Ja, es steht da schon seit 20 Minuten. Okay. Eigentlich können wir auch Werbung machen, dann können wir gleich vielleicht noch ein Spiel schaffen, oder? Ja, können wir. Wollen wir nicht einfach jetzt Werbung machen? Wir spielen das aber noch sinnvoll zu Ende. Alter, gleich kommen wir die wieder rein und haben es komplett gedreht. Ich wollte gerade sagen, dann liefern wir richtig. Und dann haben wir... Oh, wir haben das Spiel gewonnen im Übrigen. Ja. Wollen wir Werbung machen? Kurz Regie? Ja, kommen. Und dessen erpressen wir die einfach, dass die surrendern. Ja. Oh ja, dann machen wir Werbung. Werbung. Okay. Werbung. Werden die...